Snowflake ist mittlerweile knapp 70% vom Allzeithoch entfernt, eigentlich ja ein sehr spannendes und vielversprechendes Wachstumsunternehmen, welches die Partnerschaft mit NVIDIA nochmal vertiefen möchte und damit dann auch perfekt das KI-Narrativ anschneidet. Trotzdem kennt der Aktienkurs dieses Unternehmens nur eine einzelne Richtung und zwar geradewegs nach unten, deswegen geraten immer mehr Investoren in Panik und wissen nicht so ganz genau, was im Hintergrund abgeht. Wie viele von euch wissen, ich selbst bin auch in Snowflake investiert und auf diesem Kanal durchleuchte ich nicht nur positive Investments und positive Entwicklungen, sondern auch die Kehrseite, denn die gehört zum Investieren dazu. Ich weiß, redet man nicht gerne drüber, aber das ist die harte Realität. Und genau deswegen werden wir uns jetzt heute intensiv mit Snowflake beschäftigen, also welche Probleme bestehen jetzt derzeit bei Snowflake, warum wird der Aktienkurs derzeit so stark abgestraft, dabei sprechen wir dann auch generell über die fundamentalen Daten von Snowflake, wie die jetzt derzeit aufgestellt sind. Meine persönliche Meinung werde ich auch dazu verraten, wie ich auch mit dieser Situation umgehe und zu guter Letzt werden wir gemeinsam den Chart analysieren. Sollte dir dann wie immer die Transparenz auf diesem Kanal gefallen und auch das Video weiterhelfen und gefallen, dann kannst du mich jetzt komplett kostenfrei unterstützen. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date und schreib mal sehr gerne deine Meinung zu Snowflake unten in die Kommentare. So, dann lass uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und sofort starten. Am Anfang solltet ihr aber bewusst sein, alles was ich hier sage, stellt keine Handlungsbefehlungen dar. Es ist nur meine persönliche Meinung, es ist wirklich nur Entertainment. Ich bin zwar ein Kreditanalyst, aber ich bin auch ein zufälliger Typ auf YouTube, also bitte, bitte erstell eine eigene Analyse. Und ich weiß, jeder ist immer Feuer und Flamme, wenn man über positive Investments spricht. Jeder ist immer Feuer und Flamme, wenn man etwas postet, wo man dann erkennt, ey, das Investment ist auf einmal im grünen Bereich, aber an den Märkten gibt es auch die Kehrseite und mein persönlicher langfristiger Investment-Style besteht eigentlich daraus, abgestrafte Aktien zu kaufen, bei denen ich persönlich langfristig ja noch sehr viel Potenzial sehe. Und hier kann ich jedem Einzelnen nur empfehlen, sich nochmal mit den großen Investoren zu beschäftigen. Da gibt es auch zum Beispiel ein sehr berühmtes Zitat von Warren Buffett, man sollte nur eine Aktie kaufen, bei der man auch bereit ist, diese für die nächsten zehn Jahre zu halten. Und wenn man dieses Mindset nicht hat an der Börse, also diese Geduld nicht mitbringt, dann kann es tatsächlich schon richtig, richtig schwer werden. Und damit kommen wir auch schon zu dem Punkt, warum wird Snowflake eigentlich derzeit so stark abgestraft? Um ehrlich zu sein, es gibt mehrere Punkte und die werden wir jetzt gemeinsam Schritt für Schritt durchgehen. Und eine davon habt ihr mir sogar tatsächlich per Mail zugeschickt, denn im Internet kursiert derzeit die Schlagzeile Datenlag bei Snowflake. Beziehungsweise es gab wohl einen Hackerangriff, mehrere Unternehmen sind davon betroffen und Snowflake gehört leider dazu. Dass Snowflake ein Datenaggregator ist, also sehr viel mit Kundendaten zu tun hat, ist es natürlich eine miese Schlagzeile, wenn man dann liest, Kundendaten gehen flöten. Deswegen müssen wir uns auch intensiv mit diesem Punkt beschäftigen. Übrigens für all diejenigen, die nicht ganz genau wissen, was Snowflake macht oder wie das Geschäftsmodell aussieht, auf meiner Webseite finerofule.de habe ich zu Snowflake einen Deep Dive erstellt, kann sich also gerne jeder durchlesen. Auf jeden Fall für mich als langfristigen Investor ist es jetzt echt wichtig zu verstehen, was da im Hintergrund ablief. Geht zum Beispiel Snowflake fahrlässig mit den Daten der Kunden um, also haben die einen großen Fehler gemacht oder ist vielleicht die Software von Snowflake kacke? Gibt es da ein technisches Problem und könnte das eventuell zu einem langfristigen Problem werden? Denn kurzfristig brauche ich mich nicht darüber ärgern. Kurzfristig kann so etwas niemand vorhersehen und dementsprechend sollte man da einfach nüchtern an die Sache rangehen. Um ehrlich zu sein, erfahrungsgemäß sind das eigentlich immer nur kurzfristige Ereignisse. Dafür braucht man sich jetzt nur die Geschichte bei den anderen Tech-Unternehmen anschauen, also bei den etwas größeren wie zum Beispiel Microsoft. Klagen oder auch Hackerangriffe sind ganz normal, sind eigentlich so Ereignisse, bei denen viele Investoren dann in Panik geraten, sofort aussteigen, ohne sich die fundamentalen Daten anzuschauen oder die langfristige Story. Und deswegen bleiben wir hier erstmal nüchtern. Interessanterweise, abgesehen von den ganzen Schlagzeilen im Internet, hat Snowflake selbst natürlich auch Untersuchungen angestoßen. Es wurden zwei Cyber-Security-Unternehmen beauftragt, Crowdstrike und Mandiat. Crowdstrike, wissen die meisten von euch, ist eines meiner absoluten Lieblings-Cyber-Security-Unternehmen. Schon im Jahr 2023 einige Videos dazu erstellt. Mandiat sagt mir persönlich jetzt nichts, aber beide haben das ganze Geschehen natürlich untersucht und festgestellt. Hier stehen einige Schlüsselpunkte, kann sich jeder durchlesen, und ist auf Englisch zusammengefasst. Es ist wohl kein Datenleck bei Snowflake selbst. Das sollte jedem jetzt auf jeden Fall bewusst sein, wenn man sich das einmal durchliest. Und hat wohl etwas mit den Kunden zu tun, also direkt mit den Kunden. Denn einige der Kunden haben eine Einzelfaktor-Authentifizierung benutzt und die waren wohl wirklich das Ziel dieser Hacker. Und wie vorher schon erwähnt, sind nicht nur die Kunden von Snowflake betroffen, sondern auch die Kunden von einigen anderen Unternehmen. Snowflake hat hier auch schon die ersten Maßnahmen ergriffen, steht in Kontakt mit den Kunden und haben hier auch ganz klar eine Empfehlung rausgegeben, bei allen Accounts eine Multifaktor-Authentifizierung zu implementieren. Also wer im Jahr 2024 eine Single-Faktor-Authentifizierung nutzt, ganz ehrlich lost, weil eigentlich muss man wissen, man wird dann mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gehackt werden. Sollte eigentlich jedem Unternehmen mittlerweile bewusst werden, egal wie groß oder klein. Und was aber auf jeden Fall wohl passiert ist, da gibt es auch Hinweise, die wurden jetzt auch gefunden. Es gab wohl ein Demokonto oder gibt ein Demokonto von einem ehemaligen Mitarbeiter und dort konnten die Hacker dann Zugriff dann eben bekommen. Wobei bei diesen Demokonten gibt es keine sensiblen Kundendaten. Also eigentlich ist es wertlos. Also soweit, so gut. Und es gibt auch von Mandiat selber, also von der Untersuchung, eine Aussage. Und hier sieht man auch ganz klar, also wenn man sich das einmal durchliest, es gibt wohl keinen Hinweis darauf, dass es jetzt irgendwie ein Daten-Lag bei Snowflake selber gab. Also dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, wird hier wieder viel zu heiß gekocht und für mich eher uninteressant. Was für mich persönlich jetzt viel interessanter ist, ist jetzt folgender Punkt, der meiner Ansicht nach langfristig extrem positiv ist, aber kurzfristig eben einen Druck auf den Aktienkurs auslöst. Und zwar ist es die Vertiefung der Partnerschaft zwischen Nvidia und Snowflake. Denn Snowflake konzentriert sich extrem auf das KI-Narrativ und investiert dort ordentlich. Die Chips von Nvidia sind nicht wirklich günstig, sollte mittlerweile eigentlich jeder wissen. Und hier hat zum Beispiel auch Snowflake das Basismodell Arctic auf den Nvidia-Chips entwickelt. Und das war der reine Wahnsinn. Das wurde so schnell entwickelt, ein absoluter Rekord. Ich glaube, die haben nur drei Monate oder sowas gebraucht. Das hat CEO auch in dem einen oder anderen Interview schon mal erklärt und gesagt, der reine Wahnsinn. Und übrigens hat Snowflake auch geplant, die KI-Plattform Troera zu übernehmen. Wenn man sich einmal anschaut, was Snowflake dazu schon gepostet hat, dann sieht man auch hier, es gibt wohl einen verbindlichen Übernahmevertrag. Das heißt, das ist auf jeden Fall wohl in Stein gemeißelt, wird auch passieren. Das heißt, die wollen hier wirklich ganz dick in das KI-Narrativ einsteigen. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr positiv, wie gesagt, langfristig betrachtet. Kurzfristig betrachtet kostet das eine sehr, sehr große Menge Geld. Und genau das haben wir auch im letzten Quartal gesehen. Denn wenn man sich den Quartalsbericht mal angeschaut hat, wie gesagt, den habe ich auch schon auf meiner Webseite veröffentlicht, dann hätte man auf jeden Fall erkennen können, ja, wir haben hier ein sehr starkes Wachstum beim Umsatz verzeichnen können. Gleichzeitig, was ich persönlich jetzt auch nicht so ganz positiv fand, war einmal der Kostenpunkt, also die Kosten, die anfallen, um diesen Umsatz zu generieren, sind auch sehr stark gestiegen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also jetzt nicht so attraktiv wie zum Beispiel bei dem ein oder anderen Software-as-a-Service-Unternehmen. Und wir konnten auch gleichzeitig sehen, dass hier die operativen Ausgaben auch sehr stark gestiegen waren. Wenn man das Ganze dann einmal aufsplittet, dann wird man erkennen, dass ein Punkt wirklich hervorsticht. Und zwar einmal der Punkt Research and Development, also Forschung und Entwicklung. Wie gesagt, die investieren ordentlich in das KI-Narrativ. Und wenn man sich das jetzt nochmal genauer anschaut, in der Non-Gap-Variante, also zum Beispiel exklusive der Stock-Based-Compensations, dann wird man ganz klar erkennen, Snowflake macht hier keine halben Sachen. Die meinen es wirklich ernst. Der Kostenpunkt ist um unglaubliche 58% gestiegen, hat dementsprechend die Margen nach unten gedrückt. Snowflake ist noch kein profitables Geschäft, also wird wahrscheinlich in der Zukunft irgendwann so sein. Damit rechne ich persönlich aber aktuell noch nicht. Wir haben insgesamt ja eine sehr unsichere makroökonomische Aussicht für die zweite Jahreshälfte und für das Jahr 2025. Deswegen werden derzeit unprofitable Unternehmen ja dementsprechend sehr, sehr stark abgestraft. Außerdem sind die Prognosen jetzt für die nächsten Quartale auch nicht allzu bullig. Also insgesamt sehen die immer noch fantastisch aus. Das muss ich ganz klar feststellen. Aber es ist halt ein Wachstumsunternehmen. Das Wachstum soll demnächst ein bisschen abflachen, was auch vollkommen normal ist. Aber dass Snowflake nicht profitabel ist, ja, gefällt das alles insgesamt den Märkten nicht. Das muss man einfach im Hintergrund behalten und verstehen und wird dann auch sofort nachvollziehen können, okay, was passiert da jetzt aktuell mit dem Aktienkurs. Was aber halt immer noch bestehen bleibt, sind natürlich die fundamental starken Daten von Snowflake. Wir haben eine unglaubliche Bilanz. Das muss man einmal festhalten. Wenn wir uns die Bilanz einmal anschauen, dann sehen wir, die haben unglaublich viel Cash. Die haben keine richtigen Schulden. Also wenn man das Ganze auch einmal aufgesplittet anschaut, dann wird man auch dort erkennen, die haben keine kurzfristigen Schulden, die haben keine langfristigen Schulden. Die sind perfekt aufgestellt. Denen ist es vollkommen egal, wo sich jetzt aktuell der Zins befindet. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Dann die Margen wurden in den letzten Quartalen immer sehr, sehr schön ausgeweitet. Das heißt, wir haben hier einen ganz klaren Trend. Die Rentabilität des investierten Kapitals und die Rentabilität des Eigenkapitals steigt. Und die Ausweitung der Margen sowie das Wachstum des Umsatzes wird zwangsläufig dazu führen, dass Snowflake irgendwann profitabel sein wird. Sollte eigentlich jedem bewusst sein. Es gibt noch zwei weitere sehr wichtige Kennzahlen bei Snowflake. Jeder, der sich für Snowflake interessiert oder dort investiert ist, sollte die auf jeden Fall im Auge behalten. Und zwar die sogenannte Net Dollar Retention Rate. Habe ich schon tausendmal erklärt. Aber hier kann man auch zum Beispiel draufklicken, dann kommt man zu einer Erklärung. Hier habe ich auch übrigens einen Vergleich zu Palantir gezogen. Bei Palantir liegt die bei ungefähr 111%. Es ist aber insgesamt einfach nur wichtig, dass wir bei über 100% sind. Bei Snowflake liegen wir hier bei 128%. Also schon sehr, sehr strong. Und eine andere sehr wichtige Kennzahl, bezogen jetzt wirklich auf Snowflake, ist hier einmal der Punkt Remaining Performance Obligations. Warum ist das Ganze so wichtig? Habe ich hier auch einmal ganz kurz aufgegriffen. Denn es ist eine wichtige Kennzahl, da sie Aufschluss darüber gibt, wie viel zukünftigen Umsatz dann in diesem Fall Snowflake erwarten kann. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir, wir haben hier immer noch ein unglaubliches Wachstum, wenn wir uns das Ganze anschauen. Klar, wie gesagt, es ist auch normal bei Wachstumsunternehmen, dass das Ganze auch zwischendurch mal abflacht. Aber dennoch ist das einfach nur unglaublich. Und hier werden halt immer noch von dem Betrag hier oben schon 51% als Umsatz in den nächsten 12 Monaten erwartet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein wirklich sehr, sehr stronges Unternehmen. Es entwickelt sich jetzt aktuell in die richtige Richtung. Und dementsprechend bin ich auch bereit, diese kurzfristige Volatilität auszusitzen. Ich habe eine sogenannte Tranchenstrategie, wissen die meisten. Ich habe mich mental darauf eingestellt, auch im Minus zu sein. Macht mir persönlich nichts aus, wenn ich ganz genau weiß, dass dieses Unternehmen selbst durch turbulente Zeiten, selbst durch eine Rezession ganz entspannt durchkommen kann und am Ende dann sich wieder erholen wird. So, und damit kommen wir auch schon zu der Chartanalyse. Und hier werden wir natürlich auch einige Sachen erkennen können. Zum einen hatten wir hier ganz lange einen intakten Aufwärtstrend, der jetzt leider durchbrochen wurde. Das heißt, den können wir uns jetzt sparen. Wir haben hier auf jeden Fall eine Resistance bei ungefähr 190 US-Dollar. Von der sind wir aber aktuell noch relativ weit entfernt. Ich lösche mir mal das Ganze, aber man erkennt es ja, man hatte hier jedes einzelne Mal ein signifikantes Top. Auf jeden Fall sind wir jetzt aktuell in einem Abwärtstrend. Dementsprechend kann es natürlich auch sein, weil wir jetzt aktuell parallel dazu uns auf einem Support bewegen, dass wir dann irgendwann demnächst einen Bouncer nach oben bekommen werden, Richtung dieses Abwärtstrendes. Langfristig ist es für mich persönlich, er hat eben wichtig, Chartanalytisch betrachtet, wie gesagt, hat nichts mit den fundamentalen Daten zu tun, dass wir dann hier auch schaffen, diesen Abwärtstrend zu durchbrechen. Aktuell sieht es für mich aus, als wären wir in dieser Range gefangen, also zwischen 200 Dollar und 110 Dollar, ungefähr so in dieser Range. Es sieht so aus, als würden wir versuchen, diesen Support langsam, aber sicher auch zu durchbrechen. Gleichzeitig sind wir aber hier schon tatsächlich beim RSI-Indicator im Tageschart sehr weit im Überverkaufbereich. Das Momentum ist aber immer noch negativ, hat ein bisschen was mit diesen Schlagzeilen zu tun. Wie gesagt, es wird aktuell sehr, sehr heiß gekocht, sollte man definitiv bedenken. Ich habe ganz bestimmte Tranchen, beziehungsweise ganz bestimmte Level, die ich dann eben nutzen werde zum Kaufen, werde das Ganze dann auch auf meiner Webseite sofort mit allen Leuten teilen. Die nächsten Quartalszahlen stehen an am 21. August, also da wird es natürlich sehr interessant werden. Das könnte logischerweise, wenn da etwas Positives berichtet wird, dann sofort zu einem Jump nach oben führen. Sollten wiederum dort zum Beispiel die Ausgaben noch mal höher sein, sollten die Margen noch mehr kontrahieren, dann könnte das wiederum genau das Gegenteil bewirken, das heißt noch mal einen Abverkauf. Man sollte sich dementsprechend zumindest mental darauf einstellen, sehen, dass wir eventuell hier sogar noch mal entweder einen Doppelboden bilden oder vielleicht sogar noch tiefer fallen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, für mich sieht aktuell Snowflake bei dem Wachstum, wir haben auch einen sehr hohen, positiven, freien Cashflow aktuell, das sollte man auch beachten, eigentlich sehr attraktiv aus als langfristiges Investment, wenn man an dieses Geschäftsmodell glaubt. Wenn man jetzt eben sagt, hey, man glaubt nicht an das fundamentale Fundament von Snowflake, man glaubt nicht an den CEO, man glaubt nicht daran, dass die das irgendwie noch deichsen können, dann ist das Ganze natürlich auch jetzt zumindest im Bezug auf den Chart kein gutes Investment für niemanden. Es gibt auf jeden Fall einige Probleme, das ist bei jedem Investment so. Es gibt auch aktuell, meiner Ansicht nach, das Problem der Verwässerung bei Snowflake, die verwässern sehr stark die Investoren, was aber bei Wachstumsunternehmen fast die normale Regel ist heutzutage. Deswegen mache ich mir da aktuell auch noch keine Kopfschmerzen. Ich werde jetzt die nächsten Quartale ganz entspannt noch abwarten, wenn der Kurs nach unten fällt. Wie gesagt, ich werde dann nachkaufen. Für mich ist eben ganz wichtig, dass wir vor allem im Jahr 2025 dann eben sehen, dass dort die Früchte geerntet werden aus den Investments von heute. Wenn die heute investieren, dann kann ich nicht erwarten, dass die in zwei Monaten schon Erfolge sehen. Man muss an der Börse immer ein langfristiges Mindset haben. Nur langfristige Leute und Leute, die geduldig sind, können langfristig dann eben auch in gute Unternehmen investieren und dort abcashen. Aber wenn man sich das hier einmal anschaut, also diesen Abwärtstrend, wenn der durchbrochen wird, dann kann man definitiv davon ausgehen, dass man auch charttechnisch sich in einem Aufwärtstrend befindet. Bis dahin ist der Kurs aber natürlich dann schon relativ schnell gestiegen. Ihr seht auch selber, nur um das Ganze einmal hier ins Verhältnis zu setzen, wie schnell die Bewegungen hier teilweise sein können. Während man hier zum Beispiel sieht, dass von Juli 2023 bis November, bis Oktober dann ungefähr um 30 Prozent der Kurs fällt, dann sieht man daraufhin dann eine relativ schnelle Reaktion von Oktober 2023 bis Dezember, also ein einzelner Monat und schon ist man hier um 40, 50 Prozent gestiegen. Geht man hier in den Februar rein, also nochmal drei, vier Monate, dann hat man hier schon eine Bewegung von 70 Prozent. Also die Bewegungen nach oben, die können teilweise schon relativ schnell sein und dann könnte man auch schon hier an der Stelle dann ein gutes Investment verpasst haben. Aber mich interessiert natürlich jetzt deine Meinung. Was sagst du zu diesem Unternehmen? Interessiert es dich überhaupt oder sagst du, hey, fall der Schrott, niemals werde ich da mein Geld platzieren. Schreib einfach gerne mal deine Meinung rein. Ich bleibe erstmal investiert, werde mir die nächsten Quartale anschauen. Wie gesagt, Updates gibt es hier auf meinem Kanal. Das heißt, wenn du sagst, das hat dir alles geholfen, es ist interessant, dann kannst du mich natürlich kostenlos unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann verpasst auch die nächsten Updates nicht. Für alle, die jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind, vielen lieben Dank für euren Support, Leute und bis zum nächsten Video.